Pisa ist weltberühmt für seinen schiefen Turm. Porn nicht so sehr, aber warum eigentlich nicht? Auch wir haben einen schiefen Turm, nämlich die Gjordstierke. Wie ist es mal sich gegangen? Es hat drei große Stadtbrände in Porn gegeben, wo sehr viel von der Stadt abgebrannt ist. Und beim letzten großen Stadtbrand 1827 ist auch der Kirchturm der Georgskirche abgebrannt. Die Bevölkerung war natürlich sehr erschütternd und man versuchte, Geld zusammen zu sammeln, um einen neuen Kirchturm zu bauen. Die Bevölkerung hat sich in den Kirchturm der Teinkirche in Prat verliebt. Das war ein Turm mit einem Mittelturm und Viernecktürmchen. Und genau so einen wollten die Horner auch für ihre Kirche haben. Und um 1890 oder 70 haben dann die Bevölkerung genug Geld gesammelt und es wurde der Baumeister Franz Xaver Bernhofer beauftragt, einen solchen Turm zu bauen. Nun, das geschah auch und wir sehen ihn auch hier. Allerdings, und das hat man nicht bedacht, war das Fundament dafür nicht geeignet. Es war zu schwach, denn der vorherige Turm war nicht so hoch wie dieser. Und dadurch hat sich das Fundament gesenkt und der Turm wurde schief und schiefer. Bis zu 1,60 Meter war die Neigung Richtung Westen. Und da gab es einen sehr lustigen Ausspruch. Es gab nämlich gegenüber von der Georgskirche das Milchgeschäft Trimmel. Und so ging der Spruch, alle Kirchen neigen sich zum Himmel. Nur nicht der in Horn, der neigt sich zum Trimmel. Gut, im Zweiten Weltkrieg waren die Russen mit ihren Panzern hier festgesetzt. Sie hatten ihr Hauptquartier in der Apotheke und wenn die Panzer am Kirchturm vorbeifuhren, da zitterte die Bevölkerung und erwartete, dass der Turm jederzeit zusammenbrechen könnte. Es geschah nicht vielleicht göttliche Weisung, man weiß es nicht. Jedenfalls versuchte man nach dem Zweiten Weltkrieg wieder genug Geld zu bekommen, um die Statik zu verstärken. Baumeister Steiner hat sich da sehr verdient gemacht und es wurde das Fundament mit Beton verstärkt. Und man wusste nicht, bricht der Turm zusammen, neigt er sich zurück. Man wusste es nicht. Er hat sich zurück geneigt, aber diese Neigung ist jetzt noch mit 60 Zentimetern zu sehen. Wenn man auf den Parkplatz der Firma Ziegelwanger geht, ist es wunderbar zu sehen. Das war die Geschichte vom Schiefenturm in Horn. Wir stehen hier vor einem der ältesten Häuser in Horn, dem Rathaus Horn. Es heißt eigentlich Turmhof. Es ist 1319 das erste Mal, wo ich erwähnt war, als Turmhaus oder Haus der Verwalter der Stadtherrenfamilie, das waren die Herren von Maisau. Es wurde bei dem Haus steht, in das Kloster St. Nikola bei Passau, weiter getauscht und war ein Zehenthof. Das heißt, hier muss die Leute den Zehent abgeben. Der Zehent war der zehnte Teil der Ernte und der Verwalter hat das dann in seine Listen aufgenommen. Im 16. Jahrhundert wurde das unter der neuen Stadtherrenfamilie, der Familie Puchheim, neu erbaut. Und zwar hat es diesen Renaissancecharakter bekommen, der auch jetzt noch zu sehen ist. Wenn man hineingeht in das Gebäude, sieht man diese Renaissancearkaden im Stiegenhaus. Man sieht die Gewölbe mit Wappenreliefs. Und vor dem Eingang ist das Relief des Erbauers des Hauses, Kaspar Kraft mit seiner Frau. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war das das Rathaus. Und es war auch die Behaten, die Bezirkshauptmannschaft, bis 1957, als sie dann in das neue Gebäude übersiedelte. An dieser Ecke sehen wir noch ein bedeutendes Relief. Das zeigt die Orte in der Leitreigenschaft durch Kaiser Josef II. Einen der großen, aufgeklärten Kaiser des Landes. Und interessanterweise wurde dieses Relief gestiftet von Georg Witte von Schönera Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist unser Rathaus. Das Graffito-Haus in Horn ist eins der bedeutenden Bürgerhäuser im Waldviertel. Da gibt es sehr viele Graffito-Häuser. Wie kam das vor sich? Graffito ist eine Technik, die aus Italien in der Renaissance-Zeit kommt. Und die Bürger waren stolz darauf, wenn sie solche bemalten Häuser zeigen konnten. Dieses Haus wurde in der Zeit der Stadt Herrn Kuchheim gebaut. Unter Feindalbrecht von Kuchheim. Es ist die Jahreszahl 1583. Und sein Wappen auf dem Graffito-Haus zu sehen. Die Bilder zeigen Allegorien von Sommer und Herbst. Sie zeigen verschiedene Szenen aus dem Alten Testament mit Hiob, mit Josef, mit Abraham. Was lustig ist, das sind die zehn Lebensalter des Mannes. Das muss man sich einmal genauer anschauen. Da wird jedes Lebensalter mit einem Tier verglichen. Das ist sehr lustig. Gebaut wurde es unter dem Baumeister Dionis Zirk. Das war einer der großen Fernhändler der damaligen Zeit. Es ist auch sein Wappen, seine Initialen sind auch auf dem Graffito-Haus zu sehen. Es ist seit 1867 das Bezirksgericht in Horn. Davor war es das Rathaus, bevor das Rathaus in das jetzige Haus, das den Turnhof, gezogen ist. Das war das Graffito-Haus in Horn. An dieser malerischen Stelle, Wappen des Fletcher, oben gibt es Witscher, kann man sehen, dass das Rathaus erweitert wurde durch ein zweites Gebäude, das angekauft wurde. Das befindet sich hier. Und jetzt ist das Stadtarchiv drinnen mit Dr. Rabel als unserem Stadtarchivleiter. Und es gibt da tolle Archivalien, die teilweise noch aus dem 14 Jahrhundert sind, nur Kunst und Handschichten. Und es ist wirklich sehenswert, wenn man einmal Dr. Rabel einen Besuch abstattet und startet.